Auf meiner Suche nach Ästhetik entdeckte ich formale Analogien zu Erdschichtungen, vogelperspektivisch betrachteten Landschaften, Zellstrukturen und dem Weltraum. In den Strukturen erkannte ich Muster, die mich an Tiere oder Gesichter erinnerten. Der Austausch mit anderen über individuelle Assoziationen bereitete mir große Freude und ließ mich erkennen, wie viel Psychologie in der Betrachtung meiner Vivid Liquids Werke liegt. Die Idee entstand, markante Strukturen aus meinen Farblandschaften zu isolieren und diese in zwei Achsen zu spiegeln, um die Assoziationsanreize weiter zu steigern. Symmetrie als Erkennungsmerkmal für komplexes Leben spielt hier eine zentrale Rolle. Instinktiv suchen wir nach Symmetrien in unserer Umgebung, ein Überlebensmechanismus aus alten Zeiten, in denen es entscheidend war, Raubtiere zwischen den umgebenden Sträuchern zu erkennen. Das menschliche Streben, alles zu verstehen und einen Sinn zu geben, zeigt sich in der natürlichen Neigung, in den amorphen Strukturen der Vivid Liquids Symmetrien nach Analogien in der individuell-visuellen Erinnerung zu suchen, vergleichbar mit dem Rohrschacht-Test. In meiner Serie Mini Symmetric Collection verleihe ich den Farbstrukturen einen einzigartigen und kraftvollen Charakter. In meinen Farblandschaften erforsche ich die Natur mit einem künstlerischen Blick, inspiriert von Alexander von Humboldts Worten. Die Schönheit der Natur entfaltet sich in der Seele desjenigen, der sie betrachtet.